wieder heute zu einem mein kopf let's play video hier wir spielen heute was spielen wir heute jetzt haben bett das survival games nein bett was wir heute bett was in 16er gruppen so was gibt es ein leben bis leben wenn jeder leben will wenn es 8 sind wo wir leben sind team grün ich will aber nicht in team grün lieber grün der hund nein ich bin unfreiwillig mit dem brot jetzt bin ich ein künkel kann ich bin doch im grünen hast du was das gut an die farbe grün ist die wiese ist ja grün ist euch bewusst weil wenn ich in der wiese stehe in deinem baum hier ja dann erkennt man nicht mich nicht weil ich nehme alles zurück ich habe gedacht ich habe keine rüstung hätte ich da so eine tür und ja voll viel mit deinem nennen kommen die du kleiner wie sie sich eine immerhin mehr stellen das macht voll aggressiv diese idioten ständig immer in sich die sollen sich ihr scheiß kaufen kannst du doch so dass du nicht leisten so gott jetzt habe ich das ist ein zwei sticks gekauft so jetzt blöcke wichtigste hier ja dann ausrüsten so 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 ja wenn ihr also doch ist jetzt heute heute ist dienstag montag heute ist montag morgen kommt jump down getter ja ich habe dann getter und der spielmodus ja da gibt es dazu eigentlich auch nicht so zu sagen und du kleiner wichser wenn du dir das ziel war dann kann ich dich nicht töten am 10.02.2015 ich hatte dich doch so lieb man das schöne nette schwein ist von uns gegangen ich habe es auch nicht so macht man das hoffentlich kommt jetzt keiner von hinten ja von hinten sonst werde ich raus hier und ich gehe zum krieg im krieg spaß den krieg mit einem stick und dann sie ist hier also scheiße blöcke waren weg warum fliege ich runter wenn meine blöcke weg sind er hat silber hat einfach so gut wie alles und er holt sich noch 64 grund ist bronze was läuft bei dem weich schon mal von tbläger gehört genau wie die muss ich einfach so geradeaus hochbauen ich glaube irgendwie zu hoch für die wenn ihr wisst was ich mal von iq wert haben noch nie was von mtbläger gehört wahrscheinlich oder hier sieht damit einfach mal nur in der basis hier die müssen ihr müssten den krieg klein pisser wie soll schon das spiel enden die leute und ihre logik apropos ich habe mir eine neue habe mir eine facecam bestellt also wenn ihr konkreifter kennt die habe ich mir bestellt die von konkreifter seine ding war auch nicht so billig aber ich habe ich wollte mir erst eine billige kaufen aber da habe ich gedacht warum überhaupt es lohnt sich doch letztendlich gar nicht weil irgendwann muss ich mir erst oder so wieder eine neue kaufen weil die billige mir auf den keks geht habt ihr das gesehen ob ich gebe ich bin ein punch und ich fliege unter ich so so was hasse wenn wenn die spielung ich kann und ich fliege weg was bin ich grün oh es sind noch alle drin eben alle spieler da ich bin zu zweit ist zu spiel ich bin zu gefährlich dann doch er hat mich mitgenommen was für ein billiges arsch aber es zählt nicht als kill für ihn und zu letzten stinken weil ich hatte körper nicht wert und blöcke und billige kinder rüstung die war bestimmt was mit edeka nein ein portsteuer edeka die konnte ich mir gerade noch so leisten ja jetzt jetzt habe ich zwar ein euro da musste ich ein euro schulden aufnehmen aber das was mir wert er ist jetzt schon gehofft er ist runter gesprungen der abgenüttelt hat man hier einfach noch mal gewandt der morgen geht voraus mal wenn da bekommst du es jetzt erst leisten wie geht das auch der wichser ein schwert und ich nicht schon jetzt ist schwer jetzt bin ich nicht mehr der ärmste ja ich habe ein schwert das macht mich jetzt richtig stolz jetzt bin ich nicht mehr der ärmste ich wäre mich jetzt ich mache jetzt alle kaputt so ein paar blöcke eigentlich wollte ich heute mit freund aufnehmen aber da konnte ich keine ahnung jeden fall nehme ich jetzt allein auf und morgen kommt eben wie heißt das jump down get down modus das kommt morgen und ja das war es eigentlich schon und die kamera genau die kamera kommt am donnerstag also stand da zumindest nicht also voraussichtlicher den donnerstag die wichser kann ich jetzt noch beschwert schuldschild schuldschild klick packen wie billig sie kommt zuordre die mich mit der musik bogen ab auf euch wenigstens bisschen ich glaube nicht so viel verlangt ein kleines bisschen so teuer ist es jetzt auch nicht ja jetzt drauf und gleich das kostet das wollen die 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 achtung bekommen sie kommen die türken ha 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 du kleine Mist nein mein bett wurde zerstört man sie sich für gottes bestraft noch keine dinge dabei hat ja wir haben einfach mal bisschen einfach mal auf uns los ich glaube ich habe was gegen grün habe ich was gegen grün habe ich was gegen grün ja ich glaube ich habe was gegen grün kann ich mache es auch so billig kannst du jetzt auch nur noch leisten ja ich baue mich einfach dahin 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 und dann geht das alles viel besser kann ich den runter und erst tot so jetzt kenne ich mir ein bisschen du kriegst kein eis des ich finde das schütze ich bin der einzige wo aus dem team noch lebt ich habe es brauche ich habe es drauf ich habe es drauf egal mehr für mich ja so gefällt mir das wenn ich genügend habe ich glaube ich habe genug so 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 opa falls ich wieder zurückkomme kann ich nicht an meine kiste er drüben hier war das wird vor so ich baue mich ganz geheim dort hin oder ich glaube ich weiß was ich brauche ich brauche in der Tunnel nein 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 stopp so so das wird jetzt babo mäßig dumm 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 soll ich nicht lieber aufgeben und den Krieg ich denke sagt jetzt mal ich mache das jetzt alles allein also ich rede jetzt das Spiel ich mache das jetzt fertig schnell soll ich mir schnell alles ganz eisen 21 eisen hier wenn ich zurück und jetzt baue ich mich ein mal Spaß aber eigentlich gar nicht mal so eine dumme Idee gell wenn man überleben will ist alles möglich nicht habe ich jetzt in der Hand hm das ist gold und 11 eisen da drauf so bing jetzt hole ich mir noch das ganze Zeug hier so so jetzt bin ich und ab leistet dann wir sagen ich glaube es soll ich mich einbauen ich glaube ich brauche mich ein ich mache so ein Tunnel oh Gott das wird geil jetzt den wohnen also das wird mein erster Tunnel in Minecraft damit es klar ist sonst nicht hier dass ich mir noch was anhören kann Gott bist du blöd wenn ich jetzt abstürze ja ich hab's drauf ja Respekt zu wer's macht du wenn man's so drauf hat ja dann weiß ich nicht auf jeden Fall das war's jetzt auch schon das war's jetzt auch schon also ich guck nicht jetzt noch blöd zu weil warum sollte ich noch ja das war's auch mit meinem Video schon wenn euch das Video gefallen hat lasst natürlich einen Daumen nach oben da und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt abonniert mich einfach Ciao